Hey Leute, was geht und herzbekommen zu einem neuen Marktwilio. Was geht Leute, was geht mit Alpha? Was geht? Bro, wo sind wir gerade? Wir sind gerade nicht in der Stadt, man. Ich weiß nicht, wir sind irgendwo gestrahlt, was hier passiert. Aber Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn ihr mich so nicht abonniert habt. Wie gesagt, mein Hals ist immer noch ein bisschen betroffen, aber es ist schon viel, viel besser geworden. Danke für eure gute Besserungswünsche, Leute. Und wir sind, warte mal, wir sind nicht in der Stadt, wo sind wir hier? Ich weiß nicht, Hilfe. Boah, wir sind auf so einer Eins am Insel gelandet, Alpha. Oh nein. Hey, wir tun zwei, drei Schweine. Hey, Box, die nicht verbrauchen, das ist noch. Junge, Alter, wir müssen uns aufteilen. Alter, weißt du, will er mir vielleicht festsitzen? Dein Problem, geh weg von der Insel. Junge, Alter, ey. Nein, jetzt misch dich auf, bitte. Kein Entes, wir sauber zwei Euro, Mann. Also, dann lassen wir die Schweine. Hey, aber Bro, das sind ganz viele Kisten, siehst du die? No. Boah, Junge, Alter, warum sind das so viele? Was ist da drin? Ich weiß nicht, lass mal gucken. Hey, warte mal, das sind Steine. Und da ist jetzt so ein Stab, was steht da? Steinportal Activator. Denn, Leute, wir stellen euch heute Portale in Minecraft vor. Wir haben ganz viele krasse Portale zu ganz neuen Dimensionen. Und die werden wir euch heute zeigen, hier auf dieser einsamen Insel, weil wir müssen irgendwie von hier wegkommen. Und es geht ja nicht ohne eine andere Dimension, dass wir wieder in die Stadt kommen, schnell. Ja, Mann, let's go. So, warte mal, das ist ja dein Portal, Alter, das ist ja ein Steinportal. Ja, Bau. So, warte mal, ich probiere das mal. Das ist bestimmt so ein NESA-Portal, oder? Weiß, ich habe keine Ahnung, Junge. So, warte mal, ich baue mal hoch, so. So ist es wie ein NESA-Portal, oder? Äh, nein. Hä, habe ich das falsch gemacht? Und ernsthaft? Junge, was bin ich für ein Dump, Alter? Ich brauche mir kurz eine Spitzsacke. Ist so. So, und Spitzsacke-Craft, Leute. Let's go. Abbauen. Und was geht? Oh, hast du es gemacht, Alter? Wir haben mir die Hand abgebaut. Oh, Alter, wie nein. Gib mir die Steine. Hä, brauchen wir jetzt da noch einen Flint in Stil, oder was? Du denkst, du, das geht mit dem Stab? Vielleicht geht das mit dem Stab. Warte mal, und let's go, Leute. Alter, da passiert dir was. Siehst du das, Alter? Kann nicht wahr sein. Juri, das schickt mich ja mega, Alter. Alter, was ist das? Weiß es nicht. Hä, soll man mal da durchgehen? Ich trau mich nicht. Let's go. Leute, aber wir legen gerade eine neue Welt. Also, Mann, es hat funktioniert. Hä, Alter, wo sind wir gelandet? Wir sind im Stein, Ents. Leute, wir sind, Alter, das sieht ja aus wie im Nächsten, aber nur mit Stein, Mann. Willst du überall? Guck mal, auch Erze überall. Boah, Alter, hier gibt es Kohle. Hier gibt es auch Eisnerz. Und ganz viel Lava und TNT und alles. Alter, ich habe mal... Warte, ich habe mal ganz kurz mal redet das Entzug, so. Oha, Alter, Juri, man sieht, das gar nicht so riesig ist, diese Dimension, Mann. Denkst du, die ist auch unendlich? Ja. Oha. Wollen wir auch ein bisschen sehen, guck mal. Boah, wie krass. Warte, jetzt flittet das Ziel. Guck mal, das hochjagen hier. Oh, oh. Juri, das ist so krass hier, Alter. Boah, aber... Lass mal wieder rausgehen. Ich will wissen, ob da vielleicht in den anderen Kissen noch anderen Dimensionen sind. Let's go. Let's go. So, was ist in der nächsten Kiste? Oha, Alter. Oha, Purpur-Block. Purpur-Block. Als ob das damit so einen Block gibt. Was ist denn Purpur? Hey, das ist der von diesen Änderfestungen. Aber da ist doch nicht Purpur, oder? Hey, doch, Alter. Auch auf Deutsch. Keine Ahnung, was weiß ich, Mann. Let's go. Und... Let's go, Alter. Auf geht's. Oha. Warte, ich bin doch nicht da. Oha, Junge, die sind ja cool aus, die Welt. Oha. Boah, ihr seht hier aus wie in so einer Änder-Dimension. Gebt ihr das mal. Oha, das sind überall Glasblöcke. Boah, das sieht so cool aus, weil der TNT ist nur eins da. Oha, aber nun überall ist einfach TNT und diese Glasblöcke. Ey, das sieht so cool aus. Ist so, die sind richtig cool, die Glasblöcke. Junge, hier gibt's doch safe auch einen Änder-Drachen oder so. So wie es hier aussieht, könnte ich mir das voll gut vorstellen. Könnte sein. Boah, lass mal wieder rausgehen. Ich will sehen, was es doch so gibt. Ja auch. Gibt es ein Diaportal? Hey, safe, oder? Wir müssen das ausprobieren. Leute, das ist da Heu. Ja, als ob eine Heuwelt. Hey, Junge, als ob es eine Heuwelt gibt. Das wäre so krass, dann würde sich ja jedes Minecraft-Pferd übelst freuen. Ist so. Okay, ich baue das jetzt mal hoch. Und so. Ich baue das Portal, Alpha. Ich hoffe, dass das funktioniert. Boah, ich hoffe auch, Mann. Und? Drei. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Drei. So, jetzt, let's go. Was? Das geht auch. Oha, Alter. Und rein ins Heu-Portal. Oha, Alter, Alpha. Hä? Warte mal, hier ist überall Heu. Wo sind wir gelandet gerade? Es ist überall Gravy-Blöcke hier. Warum? Leute, da geht es raus, Mann. Boah, das ist ja wirklich so eine ganze Dimension aus Heu. Ist so. Guck mal, da unten ist nicht mehr Wasser. Keine Lava mehr. Oha, da ist ein riesiger Ozean. Was geht da ab, Mann? Oha. Und der Boden von dem Ozean. Da ist alles aus Dürn. Hey. Junge, warte. Ich gehe mal da drin schwimmen. Und let's go. Let's go. Nein, das ist auch alles aus Heu. Aber das kann es doch gar nicht sein. Hä? Richtig komisch. Boah, Alter, lass mal mit dem Pferd hingehen. Die freut sich doch. Ist so. Als nächstes haben wir Bücherregale. Let's go. Let's go. Aber da muss doch dann auch Wasser sein, oder? Hey, ich weiß es nicht, Mann. Aber ich will es lesen. Aber wenn Lava dann verbrennt die ganze Welt. Und warte. Let's go. Auf geht's. Boah, Alter, gebt ihr das mal Wasser, Alter. Das sieht ja aus wie eine riesige Bibliothek. Boah, das ist richtig krass hier. Boah, wenn wir hier das anziehen, würde alles anbrennen, Mann. Ist so, oha, nur ein Feuer und dann ist die ganze Welt kaputt. Boah, Alter, kann ich hier Bücher mit dem... Lo, Alter, du kannst wohl für die Bücher so mit Schadier fahren. Oha, wie nice. Wie da ist es, Dustin? Let's go. Fahr mal ein bisschen. Oh, Alter, die Geld ist mir. So, Leute, jetzt geht's aber wieder zurück. So, Warte, jetzt geht's weiter mit Magma. Let's go. Boah, ich verbrenne dich da. Oh, ich kann das mit weiterbauen, Mann. Endlich entzessen. Nein, Mann, keine Entzesse, ich sauer. Und anzünd. Let's go. Wir sind da. Lo, ich kriege immer einen Zahn. Hilfe. Du musst nie gehen. Au, was nie gehen, Alter? Boah, geht immer hier. Sieht alles aus aus Näsernblöcken und aus Magma-Blöcken, Mann. Lo, ja, hier Näsernblöcken. Boah, ich verbrenne mir immer meine Füße, Mann. Wir müssen hier wieder rauskriegen. Sag, verbrannt, Alter. Eite, süß, sauer. Ist so, gib mal, gell? Nein, Mann, ich muss hier weg. Leute, ab durchs Portal. Lo, jetzt kommt Gold, Alter. Oha, dann können wir das alles abbauen. Boah, ja, aber Gold, Alter, Alter. Safe sieht das nice aus. Bestimmt. Und Reiter. Boah, gebt ihr das mal, Alter. Da oben sind Goldblöcke sogar. Sogar Goldblöcke, Alter. Boah, Alter, das ist so ein Goldnäß. Oh, wie krass, Mann. Leute, gebt euch das mal. Das ist richtig so viel, Junge. Hey, hoff ich in die Lava zu schubs, Alter. Nein, Mann, bitte. Ich schubs dich, Mann. Nein, ich auch. Und so, Alter. Ich gewinne durchs Portal. Boah, du kannst Gold ab. Tschö. Hey. Boah, gebt ihr mal. Ich hab die Blöcke. Toil. Boah, wenn das funktioniert, dann sind wir Millionäre. Ist so. Ich höre schon mal auf den Spitzhack, hä? Boah, gib mir auch mal eine Abitze. Nein, Mann. Und let's go, Alter. Let's go. Boah, ein Zopp, Mann. Hier ist alles aus Bier, Mann. Blöck, wie krass. Junge, ey, wir können hier unendlich fahren, Bro. Wir können uns voll Bier machen und alles Mögliche kaufen, was wir wollen. Ist so. Ich muss alles mitnehmen. Und da ist so gewaltig, Alter. Das Eis, Alter. Das Eis. Lol. Das geht ja sofort kaputt, Mann. Boah, das ist richtig schwach. Übel, Alter. Boah, das ist so krass. Oh, der ist nicht wild und ihr ist. Ja, aber wir sind so reich, Leute. Aber ich will doch wissen, was in den anderen Kisten ist. Let's go. Boah, da sind noch Emeralds drin. Für das Auto können wir auch noch mit Villagern handeln. Hä? So, warte, ich platziere die jetzt mal. Und ab in die Emerald-Dimension. Boah, er ist alles aus Emerald, Mann. Ey, wenn ihr jetzt so ein Villager herkommt, der würde sich so freuen, Alter. Wir sind reich. Ja, aber wir sind rich, Alter. Was geht? Wenn wir mit dem Portal auf unserer Seite haben, sind wir echt mega reich. Das steht. Und das letzte Portal ist einfach aus Bedrock. Oh, wenn wir das Portal abbauen, kommen die wieder raus. Ja, warte, warte. Das können wir doch gar nicht abbauen. Äh, ja, stimmt. So, warte mal. Und, Junge, die Bedrock-Dimension. Ich bin so gespannt, wie die aussieht. Und geht das? Ja, es geht. Los, schweig, geht da rein. Leute, das ist damit, oder? Und hinterher. Leute, wir können ja gar nichts abbauen, oder? Ja, nur die TNT-Blocke. Hä, und die Wolle, hast du die platziert? Ja, die Wolle ist von mir. Die habe ich mitgenommen. Leute, die Dimension ist doch voll schwierig. Ich dachte, wir können uns ja gar nicht durchgraben und so. Da unten ist sogar lahm, weil die Seine ist aus Redrock, Mann. Aber, Leute, ich würde sagen, lasst es gleich da. Lasst es ab und da wenn es sich gefallen hat. Zappen, vorbeinigst auf der Beschreibung. Und ciao. Ja, ja.